Hallo und herzlich willkommen bei Borderlands. Ich bin der Baume und wir sind stehen geblieben bei... Oh, jetzt habe ich in der Pause so viel gequatscht. Wir hatten arge Internetprobleme. Ich hoffe, es ruckelt jetzt nicht. Ich weiß gar nicht, wo waren wir denn zuletzt? Kane hat vorhin gesagt, dass er bis 21 Uhr macht. Ach, der streamt jetzt gerade heute, Kopper. Das habe ich gar nicht gesehen. Wieso habe ich das nicht gesehen? Alle schauen dem Baume zu. Ja, 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 ja. Ich lese gerade den Chat. Ich will jetzt auch während der Let's Plays... Ihr YouTuber gewöhnt euch schon mal dran. Ich will auch während der Let's Plays trotzdem weiter den Twitch-Chat verfolgen. Ich habe euch lange genug vor den Twitchern versucht zu retten, aber es geht nicht. Es sind zu viele. Gerade heute. Es geht weiter. Hier waren wir. Wir haben unseren Schuh zurückgekriegt. Ja, was ist mit Felix passiert? Das ist schön. Wir sind ja jetzt in... Also wir können ja von Reese aus ruhig mal auf den Zahn füllen. Wir wissen ja gar nicht, wer Felix überhaupt ist. Wir kennen die ganze Background-Story ja eigentlich nicht. Und das ist doch ein guter Moment, um sich mal kennenzulernen. Ja, aber wir sind doch Freunde. Okay. Okay. Also wird hier so ein bisschen... ein bisschen... Smalltalk. Well, any ideas about how to get in? Oh, I thought you Hyperians had an answer for everything. Cool. Thanks for the help. Don't mention it. I won't. Ever. I literally won't ever mention it. Ever. Okay. Tschüss. All right. Well, I'm gonna get back to it. I'll be here. Ach so, Copper. Alles klar. Gut zu wissen. Huch. Aha. Wie? Oh wehe, da ist jetzt Shades wieder dahinter. Aber ich glaub, den haben wir ein für alle Mal... Los. Wisst ihr noch? Die olle Fresse, der hat... Auf dem wurde zwar geschossen, aber ich glaube, ganz ehrlich, der hat sich noch irgendwie da weggeschafft. Der wird irgendwo nochmal angesprungen kommen. Ich wette. Hat los... Was? Atlas Environment Fun-Friendly Street continues. This Power Grid is probably using fossil fuels made from baby animals. Oh, die armen Baby-Tiere, die hier vom Brand werden. Aber ja, es sind auch Dino-Babys im Öl, das wir verbrennen. Wir sind ganz schön kaltherzig. Oh. It's a hell of a hack. Was machen wir denn hier mit? Ähm... Ähm... Ene, Mähne, Miene, Mou. Das zweite von links ist es in der Regel. Maybe this? Dr. Pepe, lass mal gut sein. Ich will jetzt niemanden raiden. Wir wollen jetzt... Irgendwie diese Sprechanlage zum Laufen bringen. What the heck? Was passiert, wenn ich das in ein anderes Ding... ...stecke? Ähm... Ich meine, das ist die Hälfte. Wie viele von den Dingern finden wir denn noch? Was ist, wenn ich es hier reinstecke? Ich stecke mein Kabel einfach mal überall rein. Mal gucken, was passiert. Wir sehen, was das macht. Wieder halber Strom. Satelliterschüssel. Okay, Dinge bewegen sich. Das... ...tut... ...irgendwas? Vielleicht können wir es auch irgendwo reinstecken, wo wir vollen Strom kriegen... ...und sich nicht irgendetwas anderes einschaltet, das wir jetzt nicht brauchen. Das ist also ein wunderschöner Abend. Yes! GP? GP, GP was? Das ist 2. Was ist... Was ist GP? Piss off! Das steht auch überall. Hier steht da rum und macht mal gar nichts. Was? Eine Verfärbung? Entfärbung? Irgendwelche... Irgendwelche... Hier und hier? Ja. Na und? Na und? Tut sich da... ...etwa... ...etwas... ...tut sich da etwa etwas? Lass mal kurz scannen. Wo gehen denn die Kabel? Das geht da hin? Ach so, ja. Die drei laufen hier also zusammen. Gut. Aber wirklich... Äh... Was Neues lernen wir davon? Nicht. Ähm... Können wir hier nochmal was scannen? Dich haben wir schon mal gescannt. Du bist ein Wasserturm. Hä? Hallo? Ich hab A gedrückt. Ich hab A gedrückt. Ich drück schon wieder A. Es passiert nichts. Mhm. Huch! Das hat aber lange gedauert. Und das haben wir auch übrigens schon mal gelesen. Dann brauch ich das wohl nicht. Hier sind die Pilzchen. Okay. Warte mal. Das ist da hinten. Ah! Ihr versperrt mir die Sicht, ihr fiesen... Wieso stehe ich denn jetzt wieder hier vorne? Ich kann mich teleportieren, wie es scheint. Guck mal, da ist sogar extra ein Pfeil, der mir sagt, dass ich hier lang gehen kann. Aha! Ja. Äh... Hä? Du siehst verlockend aus. Das bist du. Ein Müllbehälter. Um Müll zu behalten. Sometimes loot or cash. Seriously, who keeps putting cash in these? Ja, ernsthaft. Wer steckt hier Geld rein? Oder Munition oder Waffen? Wie kommt das Loot in die Mülleimer? Berechtigte Frage. Kann ich hier aber gar nichts mit machen? Ich muss doch nach da oben. Ah! Ich kann draufsteigen. Kann ich reingucken? All Dahl was good for, am I right? Dahl... Wart mal, sind die Toiletten nicht auch von Dahl? Da ist ein ganz schöner... creepy Verein. So, hops die Bobs, rauf auf den Dumpster. Und rauf aufs Dach. Da geht auch das Kabel lang. Ich seh's doch. Du bist nicht der Beste im... Oh, nein! Ist mir das passiert, weil ich jetzt den Schuh angezogen habe? Wäre mir das ohne Schuh nicht passiert? Okay. Ja, ist egal. Zieh's durch. Wir haben unseren Schuh. Das ist alles, was zählt. Slag off. Machen wir gleich. Ich will vorher nur noch das Ding hier hacken. Analyse complete. Hyperion Research shows that Atlas-Employees also leave the refrigerator door open overnight. Oh, wie gemein. Man lässt doch nachts nicht einfach den Kühlschrank offen stehen. Es sei denn, es ist wirklich, wirklich heiß. Dann baut man am besten ein kleines Zelt davor auf und legt sich rein und verbindet das Zelt mit dem Kühlschrank. Das ging schnell. Und... da. Subidubidu. Wir sind richtig gut geworden im Hecken. Im Kabel in Dinge reinstecken. Ja, und deshalb sieht der Boden dort anders aus. GP. Ah, dafür steht das GP. Oh Gott, das ist eine richtig... So viel zum Thema geheimer Stützpunkt. Alter, da sind noch die alten Häuser obendrauf. Wie ist das geil? Auf einmal wächst hier... ...ne komplette Fabrik aus dem Boden. Oh, man kann es auch übertreiben mit einer Tür. Nein, man kann es nicht übertreiben mit einer Tür. Ja, Atlas, nicht da. So, was ist das nächste Mal? Well, klar, wir gehen in. Wow, wow, easy! Zee, watch where you point that thing. Alright, everyone, here's the plan. The key to this is stealth. We stay loaded on the ground. We don't... Das war mir irgendwie schon klar, wenn es darum geht, einen Plan zu haben, dann ist das hier ein scheißegal. Loader-Bot, rede mit mir! Rede mit mir, Loader, warum ignorierst du mich? Der Loader hat es uns echt übel, böse, krumm genommen. Aber wenn ich... Ich war mir der Folgen nicht bewusst dessen, was ich tat. Ich bin nicht... Also, ich dachte, ich wäre es. Ich bin von völlig anderen Dingen ausgegangen. Er hat mir nicht mal eine Bro-Fist gegeben. Atlas, Alter, sieht das fett aus. Und so eine Statue kommt auch erst richtig geil, wenn so ein paar Blutspritzer in den Oberschenkel... Sieht so, wie wir in dem richtigen Platz sind. Hey! Well, das ist aber das... Das ist ein Massaker. Friends and Lance, diese Leute sind seriöse Badasses. Das ist dein Schritt. Das ganze Ort könnte booby-trapped werden. Wenn dieses Ort so wertvoll ist, wie wir es denken, dann können sie versuchen, es zu schützen. Ich sehe keine Szenen von Sensoren oder Tripläuren oder so etwas wie das. Aber trotzdem, du kannst dir recht sein. Ich fühle mich, dass jeder Raum auf Pandora ist, mit sterben Körpern. Es ist einfach... stupend, wie gefährlich dein Plan es ist. Kennst du das? Ja, ich lebe hier. Ja, aber warum ändert das denn niemand mal? Seit Generationen bringen sie hier alle um. Ich bin zuerst zu denken, dass wir einfach nur Glück haben, dass wir sie da zurückgekommen haben. Die Moral von der Geschichte, Roboter, sprengt man nicht. Ja, genau. Ah, ein Zufall. Oh nein, lass nicht noch welche von den Raiders am Leben sein. Oh, du, du, du und er. Wie kommt ihr hierher? Warum? Es ist ein Schade, dass wir nicht mehr mit einem Gegenüber treffen können. Wir haben neue Waffen. Circumstanz. Circumstanz. Bond? Rhys? Du denkst, dass ich den August anhandel hätte? In all meinen Augen. Nein, nein. Es gibt ein paar Dinge, die ein Mann nur sich selbst macht. Blablabla, blablabla, blablabla. Und Sie wissen das denn? Ich helfe! Ich helfe! Ich helfe! Ha 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 ha! Wah ha ha! Komm mal, Leute! Du denkst nicht, dass ich hier überall hinbekommen würde, bevor ich einen Universal-Ramont bekomme, hast du? Was? 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 Wir müssen wissen. Checkmate, Amikos. Ich helfe! Ha 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 ha! Ich helfe! Oh nein! Was denkst du, Grease? Dass du etwas aus meiner Toilbox können? Keine Strecke? Du konntest niemals nachvollziehen. Das ist dein Problem. Und deswegen habe ich dich jedes Mal verletzt. Oh, dein Payback kommt, Scheiße. Ich weiß nicht, wann. Ich weiß nicht, wann. Aber du wirst ein Fehler machen. Und wenn du das machst, ich werde da sein. Klar, klar. Ich bringe flowers. Ja, du bringe... Wait, flowers? Was? Ha 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 ha! Denn du wirst tot. Oh, du glaubst nicht. Oh! Wer wohnt denn da? Wait, 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 wait. Was ist das denn? Warum hab ich das denn gerade gemacht mit diesem Mann? Kittel, ich überrasche deine Einung, aber... Oh, und wer ist das, Prinzessin? Seine Wortwahl ist mal wieder Lege der Woher zur Hölle weiß er das alles? Hat ihm das alles unser ITler verraten? Du kooperierst, richtig? Weil ich figuren, wenn du nicht Ich kann mich auf alle Dinge zu tun mit deinen kleinen Freund Sieht so, dass wir nicht genau eine Wahl haben, nicht wahr? Das ist das Geheimnis! Du immer? Du halbieren? Du halbieren? Ja Was? Ich nehme meine soon-to-be-dead-Janitor hier, und ich nehme meine Fancy-Hat auf die andere Jungs, du schaust an diese beiden Especially diese Ich glaube nicht, was sie sagt Oh, wie süß! Ist auch jemand ein bisschen nachtragend, nicht nur der Loader-Bot Ja, du schaust Hey Oh, schön Ich hätte fragen sollen, wie sie uns gefolgt sind, das interessiert mich Das ist immer noch Hey, ich will admit es, du und Vaughn haben mich empfiehlt Und das was nicht oft passiert Ich bin froh, dass du so weit Hugo Vasquez Hugo Vasquez Ich erinnere mich etwas von diesem Das ist unglaublich Das ist unglaublich Du musst, dass du etwas zu tun hast Du hast Ein paar Jägen wie du Ich würde sagen, es war 50-50 und es hat überlebt die Nichts, dass du so weit wie du hast Ich bin froh, dass du nicht oder Pandora kann mich etwas schwerer als überlebt die Halle von Hyperion Ich weiß, was du bedeutet Es geht in der H-Town Oh, Alter Die Sprüche Ich meine, du denkst Du kannst mich als selbst gemacht und für die Wahrscheinlich du bist aber es gab diese Zeit wenn ich erinnere mich einen Mann erinnere mich Er wird sagen Hansom Jack Du Idiot immer sagen ich Es ist so schön Oh, es war so schön von Hansom Jack eine geklatscht zu kriegen und er hat keine Ahnung Ich habe meine Mutter für Christ's sake Boom Right in the kisser I was drinking from a mug when he got me one time Chip to Mowler Sounds like a great man He was He was I miss our time together Ah, this drive me crazy It's right there Shit through me Wie er überlegt His legacy carries on Und er fühlt sich so, so Oh, okay Das Wie freundlich von dir Das ist wahrlich Interfant Ein bisschen nach Infos angeln hier Valerie Eine Frau, die ich arbeite Sie hat viele Kontakte auf Hyperion Vasquez einer von ihnen Problem ist wir versucht sie aus der Behandlung Hmm Obviamente das war eine schlechte Idee für viele Gründe Der Fakt dass die Valkyrie blöken ist Well Valerie so wir müssen sie Aber Valerie ist doch die Freundin von Grease Oder? What? Oh Wie süß Ja 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 Wie lieb Ich bin lieb Und die Janitor-Gig Es war um ihre Mettle Die Resolve Und ich muss sagen Du reagiert mit einem Ballen Einigen großen Ballen Ja ja Wer hat sie höll Ja, Sieris, I started at the bottom, and I worked my way up. I, uh, I used to be in the mailroom. Whoa, wait a minute. Wallethead! That's where Jack found me. He used to be bald, and he was going through these hair implants, and I would stick money to his head. It was hilarious. But it was a long time ago. Ask him about it. He'll tell you. He will tell you. If I do flogged, but seriously. But that's a pretty big difference. Hey, hey, come on. I'm handy to come. Okay, 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 okay. Für Hanson. Machen wir's. Listen, uh, Wallethead. W-w-w-wallethead? Is that silly? Yeah, so, I appreciate the advice. I do. But I'd much rather you take... How boring he is, if he suddenly is. Shove them into your wallet that you have on the back of your head, that you are ashamed of, because you are a Wallethead. Oh, ho. I... I was trying to be nice to you. Ich werd dich noch weinen sehen. Irgendwann werd ich dich weinen sehen. Hahaha. Ich will ihn fertig machen. That's good. I'm gonna take your corpse back up to Helio. Kann ich nicht irgendwie einen Geldschein nehmen und ihm den auf den Kopf... Hahaha. Whenever I see it, I'll remember the look on your face at this moment. Woah, that's... ...legitimately creepy. Mhm. Woah. Wo sind wir denn jetzt? I can't tell you how much I'm looking forward to getting back to Helio Street. Yeah, yeah. Yeah, yeah. That's nice. It's getting to me. It's a smell. Ja, ja. Der ISS soll's auch ganz toll riechen. Raumstationen sind total super, was den Geruch betrifft. No! Hey! Hey! Das ist praktisch! Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock mit dem zu reden. Ich weiß auch echt nicht, was ich von ihm halten soll. Er ist ja eigentlich auch so ein typischer Pandora-Halsabschneider. Ich meine, dass da jetzt ein Schild ist, ist zwar irgendwie toll. Äh, weil so, so, weißt du? Come on, are you stalling? Aber, ich meine... Ich weiß nicht, ob du die Impression hast. Das heißt, die kommen nicht hier rein, aber wir kommen halt auch nicht mehr raus. Das ist, äh... Das ist immer schwierig. Okay. Hey, was ist das? Nein. Nein, 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 nein! Ich meine, er ärgert sich jetzt, aber ich meine, wie... Was wollen wir machen? Wir können da nicht ewig drin hocken bleiben. Das sieht geil aus. Es ist doch cool, dass es nicht einfach rüberhovert auf so einem Antigrafantrieb, sondern dass da so ein Roboarm rankommt und sich das Teil wirklich krallt. Was zur Hölle hat Atlas hier gebaut? Oh, natürlich. Hey. Ihr habt einen schönen Chat? Ich kann mich nicht vorstellen, dass er zu glücklich mit euch ist. At least das ist das Lippe, das ich hatte. Ja. Ich liebe das, son of a bitch. Ich habe mich nicht mehr auf das Wort. Assembly. Warum müssen wir das denn... Ich sehe die Griffe. Warum müssen wir das per Antmann... Ach, schön. Panorama-Blick. Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Wie toll. Sie sind aber schnell wieder zurückgekommen. Okay, also er nimmt sie schon mal nicht als Geisel. Ich glaube, das ist unser Kug. Warum muss man das denn per Hand schieben? Ich meine, das ist schon so geil nach... Oh, nicht schlecht. Aber warum muss man das denn per Hand schieben? Dieses... Was zur Hölle ist das? Oh, jetzt auf einmal B, 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 B. Aber so viel B, was geht? Ja, aber ich mach doch schon. Probability Matrix? Was zur Hölle? Eine Wahrscheinlichkeitsmatrix? Hat das irgendwas mit... Ist das eine Vorhersage-Maschine? Was ist das? Was bist du denn? Jetzt ist es... Was bist du? Das wird wahrscheinlich nicht um eine Vault gehen. Vielleicht ist es ein bisschen eine Vault-Key. Es sieht nicht aus, wie eine Vault-Key, die ich gesehen habe. Oh, bitte, die einzige Vault-Key, die du gesehen hast, war der falsche, den du mir versuchten hast. Ja, wie, wo... Es hat nicht wirklich einen Tragegriff. Ich meine, ich werde es umarmen müssen. Jetzt hält es auf einmal still. Warum? Nein, 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 nein. Was machst du denn? Sau geil! Schna... Warum, warum hörst du denn auf einmal auf mit Fliegen? Warnung. Gortys-Device kompromisiert. Gortys? Gut, Idiot. Äh, okay. Ihr, äh, wollt nicht, dass ich das... Okay, er hat ein bisschen Verwirrung. Nein, 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 nein Hey! Was hast du... Trust me. Boah, hat sie es hingepackt? Achso, unterm Arm. Okay, sah gerade aus, als hätte sie es in die Tasche gesteckt. Woh, 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 was ist sie denn? Das ist nicht gut, das ist schlecht. Reese, Reesey, du musst mich in deine Subsysteme lassen, Mann. Ich kann hacken in diese Dronen und ich kann... ...hier, ich kann... ...hier, ich kann garantieren, dass niemand sterbt. Okay, wenn du sie möchtest, wahrscheinlich. Ah, das... Lass mich in! Okay. Ein Deal mit dem Teufel. Okay. Beide Seitenkipps. Was? Nein, nein, hör auf, wir können die gesamte Fassilität übernehmen, Kind. Wir haben das. Ich werde es tun! Ich werde es tun, weg! Weg, weg! Ich werde es tun, weg! Ich werde es tun, weg! Ich werde es tun, weg! Mach es. Nein, 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 du hast einen großen Fehler gemacht. Nie im Leben vertraue ich Jack, dem Handsome Jack. Ich werde es für immer verlieren. Ist das das Ende der Episode? Warum kommt jetzt Musik? Das ist... Das... 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 Ich denke, es ist supposed to explode. Ach! Hahaha! Ich denke, es ist supposed to... Ist das das Ende? Was ist denn jetzt passiert? Brick! Hallo Brick! Zurück zu Brick! Ich mag ihn! Das Ding ist ja immer noch... Hä? Wer ist das? Wer... Wer ist denn das? Hä? Sein? Wie viele Uhren haben die denn geklaut? Okay, okay. Machen wir noch schnell die Auswertung. In der nächsten Folge fangen wir dann die nächste Episode an. Okay. Mich interessieren ja immer die Sachen, die ich anders gemacht habe als alle anderen. W-Wie? So wenig Leute nur haben das Special von Scooter genommen. Warum? Wahrscheinlich, weil sie es nicht geschafft haben, ihm die Kohle abzuschwatzen. Deshalb... Ah... Ihr seid alle so freundlich da draußen in der Welt. Und... Nur ein Drittel mit Shock Damage. Was hätte man denn noch nehmen können? Also ich denke mal, die Narbe hat er da gekriegt. Das hätte er auch... Ach, ich weiß auch nicht. Oh, Rhys ist voll der Mainstream-Mensch. Ich sollte ihn ein wenig umerziehen. Er ist zu freundlich. Ja, aber komm. Hey, wir können das doch nicht verheimlichen, dass wir Handsome Jack sehen. Nicht vor... Nicht vor... Wargen. Oder wie auch immer er heißt. Holopoint. War... Glaube ich ganz gut, da hinzufliegen. Sonst hätten wir uns halt einfach eine Stadt später getroffen. Wir haben hier Kopfgeld-Increase. Aber es war ein super Auftritt vom Loader-Bot, da Athena wegzuschleudern. Oder Robo-Athena oder was auch immer das war. Yeah, Brofist. Ja, man. Der Großteil der Leute traut Fiona. Nichtsdestotrotz ist es fast. Also es geht mehr zur 50-50 als zur Zweidrittel-Entscheidung. The devil you know versus the friend you know. Picking an Alliance always has consequences. Aber doch nicht... Also jetzt mal ganz ehrlich. Wenn du die Wahl hast zwischen irgendjemandem mit einer Granate und Handsome Jack. Nimm immer den mit der Granate. Also oder oder... Nimm niemals. Niemals Handsome Jack. Ähm... Nie. Gar... Nein. 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 Nicht... Schlechte Idee. Pfui. Aus. Ne, das lassen wir gut sein. Das kennen wir schon. Freunde. Römerlandsleute. Das Auto lief bereits. Bäm. Die Episode ist zu Ende. Was ist denn hier los? No thank you. Jetzt kommt ja auch noch Musik im Dings. Kann ich das hier irgendwie beenden? Im Hintergrund läuft das Spiel gerade fröhlich weiter. Ich glaube, ich muss es einfach wegtappen. Oh, meine Güte. Meine, meine Güte. Das ist unglaublich. Mensch, ich habe gerade ein bisschen Management-Probleme. Jetzt ist es hier noch. Wenn ich hier den Knopf drücke, ist dann die Musik... Ja, besser. Aber, aber ganz ehrlich, Handsome Jack vertrauen. Wer macht denn sowas? Jack wäre ein tolles Event gewesen, schreibt Evie. Wie, ja, aber, 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 danach hätte er irgendeine Viren, ich kontrolliere dich von jetzt an Software in unserem Hirn installiert. Ich meine, Idol hin oder her. Das Erste, was er machen wollte, als er sein Bewusstsein sich manifestiert hatte, das Erste, was er machen wollte, war uns die Kehle rauszureißen. Und er hat es mehr als nur einmal probiert, nachdem seine Hand das erste Mal durch uns durchgeglitten ist. Er hat nicht mehr damit aufhören können. Es ist wie ein Reflex. Es ist sein tiefster Urinstinkt, dass sobald er irgendeine Form von Bewusstsein annimmt, er anfängt, Menschen zu töten. Ich meine, uns wird er jetzt nicht mehr töten, weil er weiß, dass er in uns drinsteckt und sich denkt so, okay, gut, wenn ich den töte, werde ich wahrscheinlich auch sterben. Das ist der einzige Grund, warum er uns in Ruhe lässt. Aber deshalb werde ich ihm nicht das Ruder in die Hand drücken, auf gar keinen Fall, weil dann werden alle sterben, die ich kenne. Ob ich die mag oder nicht, es werden alle sterben, die ich kenne. Musik ist sehr laut, sagt Sasu, das ist gut zu wissen. Mach ich die kleinen Tucken leise, das kann ich machen. So ist besser, wa? Ja, so dürfte es ein bisschen besser sein. Auf was habe ich jetzt gestellt? 60%. Leute! Außerdem hättest du einen neuen Sidekick bekommen. Oh. Nein! 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 Ich will nicht Handsome Jack als Sidekick haben. Ich bleib bei Vargas. Vargas war Werner. Hier, der Typ mit der Brille. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Ich finde, warum wir auf Wiederschauen und Reingehauen? Tschüss. Ich weiß, wie wir jetzt Discovery haben einen Rennen machen kann. Untertitelung des ZDF, 2020